Eine sehr gute Aktion, ganz wichtig, eminent wichtig, weil der Alkohol bei uns doch sehr verbreitet ist, niedrigschwellig, aber auch Bier ist schon Alkohol. Es gibt verschiedene Modegetränke, die locker und leicht erworben und natürlich auch konsumiert werden können. Ich halte es sehr, sehr wichtig, auf die Gefahr dieser Droge, und Alkohol ist ja auch eine Droge, entsprechend hinzuweisen, richtig damit umzugehen. Ich will nicht, dass jemand dann unbedingt abstinent sein muss, aber man muss richtig damit umgehen. Für eminent wichtig, die Drogenprävention hat ja den Sinn, darauf hinzuweisen, gerade die jungen Leute, die in ihrer persönlichen Entwicklung auch sind, darauf hinzuweisen, es gibt das Angebot, es ist ja auch nicht zu verhindern. Man kann ja, wenn man will, leicht an solche Stoffe rankommen, aber auf die Gefahren hinzuweisen. Und ich kenne sehr, sehr viele Jugendliche heute noch, die noch nie mit echten Drogen in Verbindung gekommen sind, weil es diese Prävention gegeben hat. Ich denke, es ist wichtig, man muss es nicht probieren, um glücklich und gut drauf zu sein. Meine Erfahrung ist so.